BASCAL LEHMANN Mein Name ist Pascal Lehmann und ich wurde jetzt gerade zum Präsidenten vom Champions Club gewählt. Ich lernte Karosserie-Lackierer. Ich habe von 2008 bis 2012 meine Lehre gemacht. Ich durfte dann den ganzen Prozess bis zur Weltmeisterschaft machen. Der Champions Club ist eigentlich schon vor gut zwei Jahren aufgekommen, dass man etwas machen möchte für alle, die an den Meisterschaften waren, die nicht weitergekommen sind oder eben auch weitergekommen sind. Es ist immer nur ein kleiner Teil, der weiterkommt. Dass man eigentlich alle eine Möglichkeit geben kann, dass sie sich weiterhin auf dem Gewerbe engagieren können und etwas zurückgeben, also etwas Nachhaltiges. Ich habe selbst ganz gute Erfahrungen gemacht nach meiner WM, als ich an die Schule gegangen bin und mit den Schülern gesprochen habe und auch solche Anlässe besucht habe. Denn von jung zu jung kannst du einfach wirklich gut miteinander reden und das Feuer kommt sofort rüber. ich bin. Vielen Dank.